Jeder, der auch nur ansatzweise Berührung mit dem Buddhismus hatte, hat schon einmal von seinem Ausgangspunkt gehört, der unausweichlichen Erkenntnis, dass Leben Leiden mit sich bringt. Doch gerade diese Wahrheit ist schwer zu begreifen. Als ich Mönch im Waldkloster wurde, hieß Achanscha mich willkommen und meinte, ich hoffe, du scheust dich nicht zu leiden. Erstaunt über diese Worte fragte ich ihn, was er denn damit meine. Er fuhr fort, es gibt zwei Arten von Leiden, das Leiden, vor dem du wegrennst und das dir überall hin folgt, und das Leiden, dem du dich stellst und von dem du dich so befreist. Von allen grundlegenden Lehren der buddhistischen Psychologie ist die von den edlen Wahrheiten die wichtigste, weil sie uns zeigt, wie wir Leiden akzeptieren und beenden können. Das einzige Ziel buddhistischer Psychologie, ob es nun um Ethik, Philosophie, Praxis oder Gemeinschaftsleben geht, ist die Entdeckung, dass Freude und Freiheit im Angesicht der Leiden des menschlichen Lebens möglich sind. Die vier edlen Wahrheiten sind daher so etwas wie die grundlegende Diagnose, Symptome, Ursachen, Behandlungsmöglichkeit und Heilverfahren. Ob wir nun Heiler, Therapeuten oder Freunde sind, wenn Menschen uns um Hilfe bitten, sind wir zuerst einmal Zeugen ihres Leidens. Welche Form das Leiden auch annehmen mag, Konflikt, Angst, Depression, Stress, Zwangshandlungen, Verwirrung, psychische Erkrankung, Scheidung, Ärger in der Arbeit, mit der Familie oder dem Gesetz, unerfülltes Schöpfertum oder unerwiderte Liebe, wir müssen seine Wahrheit annehmen. Doch wir sind auch Zeugen ihres Schmerzes. Die buddhistische Psychologie unterscheidet klar zwischen Schmerz und Leid. Schmerz ist ein unvermeidlicher Aspekt unserer Welt. Schmerz ist eine physische, biologische und soziale Tatsache. Er ist mit unserer Existenz verwoben wie der Tag mit der Nacht, so unabweisbar vorhanden wie die Eigenschaften von hart und weich, heiß und kalt. Als Bewohner eines menschlichen Körpers erfahren wir ständig die Gezeiten von Lust und Schmerz, Gewinn und Verlust. Als Einwohner der menschlichen Gesellschaft erfahren wir unablässig das Auf und Ab von Lob und Tadel, Ruhm und übler Nachrede, Erfolg und Misserfolg, Entstehen und Vergehen. Doch Leiden und Schmerz sind nicht dasselbe. Das Leiden ist unsere Reaktion auf den unvermeidlichen Schmerz im menschlichen Leben. Zu unserem persönlichen Leiden gehören Ängste, Depressionen, Nervosität, Verwirrung, Trauer, Zorn, Verletztheit, Sucht, Eifersucht und Frustration. Doch auch das Leiden hat eine überpersönliche Ebene. Zum kollektiven Leiden gehören Krieg und Rassismus, Isolation und Folter der Häftlinge auf der ganzen Welt unterworfen sind, unnötiger Hunger, vermeidbare Krankheiten und das weltweite Wegsehen angesichts dieser Tatsachen. Dieses individuelle und kollektive Leiden müssen wir begreifen und umwandeln. Das ist der Sinn der ersten, der edlen Wahrheiten. Die zweite der vier edlen Wahrheiten nennt die Ursache für das Leiden. Anhaftung. Aus der Anhaftung entstehen Abneigung und Unwissenheit. Diese drei sind die Wurzeln aller anderen unheilsamen Zustände, wie Eifersucht, Nervosität, Hass, Sucht, Besitzgier und Schamlosigkeit. Sie sind die Ursachen für das individuelle und globale Leiden. Die dritte der edlen Wahrheiten zeigt uns, dass es einen Ausweg aus dem Leiden gibt, denn anders als Schmerz lässt das Leid sich vermeiden. Befreiung vom Leid ist möglich, wenn wir uns von unseren Reaktionen verabschieden, unseren Ängsten, unserer Anhaftung. Diese Freiheit nennt man Nirwana. Dies besagt die dritte der edlen Wahrheiten. Die vierte der edlen Wahrheiten weist uns nun den Weg zur Beendigung des Leidens. Dieser Pfad wird der mittlere Weg genannt. Er hilft uns, Frieden zu finden, wo immer wir sind, hier und jetzt. Indem wir dem Leben weder gierig anhaften, noch ihm Widerstand entgegensetzen. Auf diese Weise sind wir inmitten aller Freuden und Sorgen wach und frei. Wir folgen dem mittleren Weg und üben uns in Rechtschaffenheit. Wir lernen, den Geist zu beruhigen und die Dinge mit Weisheit zu betrachten. Schmerz ist unvermeidlich. Leiden nicht. Leiden entsteht aus Anhaftung. Lerne loszulassen und befreie dich vom Leid. Die vier edlen Wahrheiten legen uns nahe, dass wir uns unserem Schmerz stellen, dem Schmerz im Körper und dem Schmerz der Welt. Sie lehren uns, wie wir aufhören können, davor wegzulaufen. Nur indem wir uns dem Unglück der Welt stellen, können wir Freiheit finden. Dies ist die grundsätzliche Voraussetzung, wenn wir zum Erwachen gelangen wollen. Natürlich hat auch die westliche Psychologie Mittel und Wege entwickelt, um mit dem Leid umzugehen. Doch in gewisser Weise versucht sie nur, uns zur Akzeptanz des Leidens zu bringen, dessen also, was Freud unsere Alltagsneurosen nannte. Auch die großen existenzialistischen Philosophen wie Sartre und Camus konzentrierten sich auf die Unvermeidbarkeit des Leidens. Doch mit einer Akzeptanz des normalen Unglücks aus psychologischen oder philosophischen Gründen ist noch nicht viel gewonnen. Die vier edlen Wahrheiten gehen da einige Schritte weiter. Sie bieten uns ein komplettes System psychologischer Prinzipien und Lehren, die wir einsetzen können, um die Ursachen des Leides ein für allemal zu beseitigen. Wenn wir sie verstanden haben, können wir uns befreien. Wir alle sind Alter und Tod unterworfen. Wir erleiden Verluste, die uns niemand abnehmen kann. Gegen Einsamkeit, Betrug oder Ungewissheit gibt es keine äußeren Heilmittel. Der Buddha erinnerte seine Schüler stets an dieses grundlegende Leiden. Wir glauben an unsere Unwandelbarkeit. Doch wir sind unbeständig. Wir glauben an unsere Sicherheit. Wir glauben, dass wir ewig leben. Doch dies ist nicht der Fall. Wir können versuchen, uns abzulenken. Doch unser Leiden wird uns verfolgen. Nur wenn wir uns dem Schmerz und dem Leiden voller Würde stellen, können wir wachsen. Dem Zeugesein ist etwas Heiliges eigen, das nichts mit Unterdrückung oder Verdrängung zu tun hat. Dieses Zeugenbewusstsein ist ein ganz wesentlicher Teil der Meditation, indem wir aufmerksames, mitfühlendes Gewahrsein üben. Manchmal ist das alles, was wir tun müssen. Doch es kann auch geschehen, dass nach dem Bezeugen Handeln nötig wird. Wie auch immer, unser Leid muss ins Bewusstsein geholt werden. Wenn wir den Unterschied zwischen Schmerz und Leid begriffen haben, entdecken wir, dass Schmerz uns manchmal zum Handeln bewegen will. Andere Male müssen wir unsere tragischen Verluste aber einfach hinnehmen. In beiden Fällen kommt und geht der Schmerz. Leiden entsteht aus unserer Reaktion auf den ursprünglichen Schmerz. Die zweite der vier edlen Wahrheiten besagt, dass wir Leiden schaffen, wenn wir anhaften. In der buddhistischen Psychologie empfiehlt man, genau zu untersuchen, wie das Anhaften vor sich geht. Je mehr wir nach etwas greifen, desto mehr Leiden werden wir erfahren. Wenn wir versuchen, die Menschen um uns herum zu besitzen und zu kontrollieren, dann werden wir leiden. Wenn wir versuchen, unseren Körper und unsere Gefühle zu kontrollieren, geschieht dasselbe. Wenn eine ganze Nation aus Anhaftung und Gier heraushandelt, wird die ganze Welt leiden. Doch die Meditation lehrt uns, dass wir das Anhaften aufgeben können. Die Ursachen unseres Leids loszulassen, ist ein lang andauernder Prozess. Manchmal heißt es einfach, die Dinge sein lassen, wie sie sind, sich nicht aus der Erfahrung zu verabschieden, sondern weicher zu werden und alles geschehen zu lassen. Dieses Weicherwerden bringt sofort ein deutliches Gefühl der Erleichterung in Körper und Geist mit sich. Achand Scha bat uns immer, die Spannung des Anhaftens zu spüren, um sich dann zu entspannen und die Bürde abzulegen. Manchmal scheint es, als passiere gar nichts. Für Menschen aus dem Westen, die schnelle Resultate sehen wollen, ist dies häufig nicht leicht. Wir müssen lernen, all die kleinen Öffnungen zu sehen, die sich auf dem Weg ergeben. Doch je mehr wir üben, desto leichter fällt es uns, uns in jeden nur möglichen Moment der Stille und des Mitgefühls hinein zu entspannen. Wir fangen allmählich an, den Augenblicken des Wohlgefühls zu vertrauen. Wenn du ein bisschen loslässt, erfährst du ein bisschen Frieden, meinte Achand Scha. Wenn du weiter loslässt, erfährst du mehr Frieden. Wenn du vollkommen loslässt, erfährst du vollkommenen Frieden. Am Ende aber werden wir wissen, wie wir sogar in großer Not loslassen können. Allerdings bedeutet Loslassen nicht, dass wir kein Interesse und keine Fürsorge mehr für uns und andere aufbringen. Als Eltern können wir unsere Kinder lieben, beschützen, lehren und versorgen. Sie brauchen unsere Unterstützung. Unsere Kontrolle brauchen sie nicht. Vater oder Mutter sein ist ein lebenslanger Lernprozess, in dem wir immer wieder neue Formen des Loslassens kennenlernen. Wir müssen die Balance zwischen Hilfe und Einmischung stets neu erspüren. Im Grunde ist es so, als würden wir ihnen das Radfahren beibringen. Wir halten sie im Gleichgewicht. Doch wenn wir zu festhalten, lernen sie nicht, sich frei zu bewegen. Mit jedem Schritt, jeder neuen Leistung, wenn unsere Kinder beispielsweise zum ersten Mal nicht daheim übernachten, wenn sie auf ein Schülercamp fahren, Autofahren lernen, zum Studieren in eine andere Stadt ziehen, lernen wir neu, sie loszulassen und sie trotzdem zu lieben und zu unterstützen. Der Buddha sagt, dass Leiden ein Ende haben kann. Das ist die dritte der vier edlen Wahrheiten. Wir können dem Schmerz nicht aus dem Weg gehen, doch wir können seine Macht über uns brechen. Eben dies ist das Nirvana. Der Großteil der buddhistischen Texte beschreibt das Nirvana ganz einfach, weil man die Menschen nicht irreführen will, was sie nur veranlassen würde, sich erneut etwas auszudenken und daran anzuhaften. Wenn Gier, Hass und Unwissenheit aufgegeben werden, so meint der Buddha, verursachen wir uns und anderen kein Leid mehr. Dies ist Nirvana. Das Nirvana wird auch als Todlosigkeit oder Ungeschaffenes bezeichnet, weil es nicht von etwas anderem abhängt, sondern nur den freudvollen, natürlichen Frieden bezeichnet, der sich von selbst einstellt, wenn wir nirgendwo mehr anhaften. Manchmal geht das Loslassen so tief, dass unsere Identität einfach von uns abfällt. In diesen Momenten der Wandlung wird Nirvana als dunkle, zeitlose Leere erfahren oder als lichthafte Leerheit von allem. Manchmal sind Frieden und Glück des Nirvana aber auch ertäglichere Erfahrungen, wie das Ruhen des Herzens im Gewahrsein, das unberührt bleibt, während sich rundherum alles verändert. Shunryu Suzuki erklärt das so. Wenn dir klar wird, dass alles im Wandel begriffen ist und du dich damit abfinden kannst, dann hast du das Nirvana erlangt. In der Volkskultur des buddhistischen Asien wird das Nirvana häufig missdeutet und zu einer Art Himmel gemacht, in dem alte Mönche nach einem Leben voller Reinheit und Selbstverleugnung aufgenommen werden. Natürlich lässt sich das Nirvana auch im Westen viel deuten. Wir sehen es gerne als transzendenten Zustand, den Yogis im Himalaya erreicht haben. Doch das ist falsch. Das Nirvana, sagt der Buddha, ist unmittelbar, hier und jetzt sichtbar, einladend, anziehend und für das weise Herz leicht zu verstehen. Loslassen und schlafen. Ist das nicht wunderbar? Loslassen, während wir wach sind, ist auch wunderbar. Wir hören auf, an den wandelbaren Erfahrungen anzuhaften. Wir befreien uns selbst. Paradoxerweise ist Loslassen sowohl der Pfad als auch das Ziel. Ich sehe die Früchte des Loslassens in allen, die sich dieser Praxis widmen. Gnade und Großzügigkeit nehmen zu, wenn wir uns von unseren Lebenskämpfen verabschieden. Die Leichtigkeit, die sich dann einstellt, beschreibt der Buddha so. Wie eine Biene, die die Essenz einer Blüte, den Pollen, aufnimmt, ohne ihre Schönheit oder ihren Duft zu zerstören, so wandert der Weise frei durchs Leben, nur Segen mit sich bringen. Wenn wir selbst loslassen, andere aber weiterhin leiden sehen, füllt sich unser Herz mit Mitleid. Wir erwachen zu einer schmerzlichen Empfindung der Zärtlichkeit, die über unsere eigene Verwundung hinausreicht. Unser persönliches Leiden verringert sich, doch unser Gewahrsein des Kummers und Schmerzes der Welt wird immer stärker. Unser Herz ist offen und wir fühlen uns allen Dingen gleichermaßen verbunden. Wir beginnen zu handeln, ohne dass man uns erst bitten muss. Wenn ein Kind auf der Straße hinfällt, wenden sich ihm alle zu, um es vor Gefahr zu bewahren und zu trösten. Wenn wir Leiden sehen, werden wir davon berührt. Wenn wir uns von der leidenden Person verabschieden, die wir zu sein glauben, tragen wir unseren Segen überall hin. Zitat